Hi, alle Trigger, die heute in diesem Video vorkommen, hast du, 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 du und du ausgesucht. Denn heute in diesem Video geht es rein um eure Lieblings-Trigger, die ihr je irgendwann unter einem meiner Videos mal kommentiert habt. Ich hab die jetzt hier alle in einer Box und bin schon ganz gespannt, was ihr da rausgesucht habt. Das Kommentar von demjenigen, von dem das der Lieblings-Trigger ist, werde ich immer einblenden. Und ich würde mal sagen, lehnt euch zurück, denn es geht jetzt los. Ich bin auch voll der Fan von Steckschaum. Es hört sich so entspannt an, guckt mal was. Das Beste ist das. Es ist ganz günstig und gibt es in eure Shop. Und vergesst nicht am Ende dieses Videos zu kommentieren, was euer Lieblings-Trigger aus diesem Video und generell ist. dass es auch einen dritten Teil von dieser, ja, Serie gibt. Weil einen Teil gab es hier schon. Und das ist der zweite hier. Den ersten Teil verlinke ich euch mal. Oh, da hat die schon gehört, die Zauberkugel. Wo auch immer so viele Fragen, wo es die gibt, die gibt es auf Amazon. Und tatsächlich sind es eigentlich zwei. Aber die eine ging mir kaputt in einem Short. Vielleicht findet ihr es, wo es war. So, gar gar nicht. Ich habe die aneinander gehauen. Und ging einfach kaputt. War wohl so toll. Dafür ist es ja eigentlich da. lehnt euch zurück, denn jetzt kommt der ultimative Trigger. Spannend ist es so cool. Spongebob 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 Vor dem Kommentar Liebt Schwämmer Aber da wir die jetzt schon gemacht haben Machen wir nur die Kerzen da vorne Find ich auch so toll Und das allergrößte man kann wie mit den so schreiben, guck mal Und einer geht immer wachsen beim Mikro Stell dir vor, das bist du und das ist dein Ohr Oh nein, du hast ein Aua. Okay, warte mal, ich guck mal was ich da hab. Ich hab was. Muss ich dich wohl verarzten. Oh, der ist eigen. Und das sind die meanerisch für mich, ich hebezüge mich schon in der Justice Liste. Oh du blutest ja, warte Und jetzt poste ich Alles wieder gut Okay, dann kann ich jetzt das Zulaster abnehmen Da will jemand den Echo-Effekt Den Liedlich Oh Ist denn hier der Anfang So, ich ziehe dir jetzt mal eine kleine Regenjacke an Den Trigger muss ich ehrlich gestehen Kante ich noch gar nicht Den könnt ihr mal in die Kommentare ausreiben Ob ich das richtig mache Ich liebe es Da kommen wir auch gleich Zu unserem nächsten Trigger Und zwar keinem Lebewesen Sondern Ich glaube hier wird die Computermaus gemeint So kam meine Maus von damals Wo ich immer so Minecraft gespielt habe B.O.V. Du bist ein Computerspiel Oh mein Gott, den nächsten Trigger Liebe Hört euch das mal an Das sind nämlich so grüne Tabletten Also es ist einfach eine Vitamin-Gar Für den Betroffenaufbau Und für gute Vitamin-D-Aufnahme Glaube ich Das nehme ich immer zusammen mit Vitamin-D Vor allem im Winter ist so wichtig Müsst ihr euch mal checken lassen Jetzt wird es wieder ganz nass Und zwar habe ich Rasierscharf Ich habe Angst Ich mache es mal ganz vorsichtig Sch unser So das ist einfach Das klebt, der nächste Trigger befindet sich hier drin. Ich stelle das mal weg. Nehmen wir uns mal zwei Butterflies. Das waren drei. Hier haben wir die zwei. Erstmal dupfe ich dich ab. Ich stelle das mal weg. 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 Das ist ein bisschen weg. Das ist ein bisschen weg. Und ihr seid immer so süß, weil ihr immer voll die Mundgeräusche von mir. Deswegen möchtet ihr auch meine Essensvideos immer so. Und deswegen gibt es jetzt auch ein paar Küsschen für euch. Ich gebe euch jetzt mit dem Mikrofon. Und dann geht's zum nächsten Trigger. Ich liebe die Becher. Ich liebe die Becher. Ich liebe die Becher. Und jetzt kommt mein absoluter Lieblingstrigger. Und zwar Seifeblasen. Die treffen ja gar nicht das Mikro. Okay. So, meine ganze Hose ist nass. Und mein Oberteil auch ein bisschen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ihr gebt jetzt einen Daumen nach oben. Und schaut euch den Teil 1 davon an. Wo ich andere Lieblingstrigger von euch, euch, euch da draußen gemacht habe. Schaut da mal vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Video. Habe ich ganz, ganz tolle Lieben. Euer Jul.